Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten richtigen Unboxing von meiner Warhammer 40k Elite Edition Starter Set. Ich freue mich, denn ich wollte endlich schon mal mit dem Anfang anfangen mit dem Set, aber ich wollte vorher unbedingt ein Unboxing machen. Ich habe das relativ günstig, ich glaube das kostet 80 Euro, ich habe es für 50 Euro bei Ebay geschossen. Es ist gebraucht, also schon mal geöffnet, aber innen drin ist noch alles so wie es sein muss. Ich habe es auch schon mal mir angeschaut, aber es ist noch nichts aufgebaut, es ist alles da und ja, für den Preis ist das okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel drin, viel, viel drin. Oh, das habe ich letztens mal sogar übersehen. Cool. Warhammer 40k, leider an der Seite. Gewählt. Kann ich ja so als Hintergrund in das Regal da reinpacken, so dran, bis zu meinem richtiges Regal. Ich gucke nämlich gerade bei Ebay nach einem großen, breiten, bester Regal, äh, bester Billy-Regal, um die zwei zu ersetzen, dass da ein schönes, großes Regal hinter mir steht. Und das kann man so als Hintergrund in das Regal reinbauen, finde ich schön. So, was haben wir? Wir haben ein Elite-Handbuch. Natürlich wahrscheinlich mit den Regeln der neunten Edition, die jetzt natürlich hinfällig ist, weil jetzt dann natürlich die zehnte Edition raus ist mit Leviathan-Box, die ich mir vorbestellt habe. Und die Ende Juni kommt und dann auch geunboxt wird und dann werde ich wahrscheinlich im Juli einen Leviathan-Monat machen und die Figuren alle bauen und malen, hoffentlich, wenn ich das hinkriege. Ähm, ja, wie gesagt, das ist eine Startup-Box für jemanden, der noch nichts hat, ähm, kriege in der Galate, die ganzen Daten, wie man sammelt, wie man, oder wie man spielt und so, das ist natürlich schon so interessant, finde ich, bemalt. Wie gesagt, Regeln und so, ich glaube, Regeln sind hier auch drin. Ach, hier ist der, sind die Bauanleitungen noch gleich mit drin. Finde ich ganz nice, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Dann haben wir natürlich hier die Data-Sheets, die natürlich hinfällig sind, weil, ähm, neue Regeln, aber haben es besser als brauchen. Und dann viel, viel, viel Plastik. Hier haben wir natürlich die Mopeds drauf, die habe ich noch nicht, das ist mein erstes Set. Ähm, ich habe jetzt schon zwei Threadnoughts sind auf dem Weg. Hier ist der, das ist der Captain mit einer schönen Base, finde ich. Gefällt mir, wenn man da ein bisschen farblich gestaltet, sieht die richtig gut aus. So, dann haben wir hier natürlich noch ganz viele Standard-Bases. Hier haben wir natürlich die, die Intercessoren. Und hier haben wir Necrons. Und noch mehr Necrons. Ich bin gerade am gucken. Noch viel mehr Necrons. Dann haben wir hier Bases für die Mopeds. Drei Stück. Und dann, ich glaube, das sind 40er Bases. Für Käpt'n und so wahrscheinlich, oder für die Intercessoren. Würfel ohne Ende. Jetzt habe ich schon, das ist das dritte Paketwürfel, was ich jetzt habe. Dritte oder vierte sogar. Wo ich die hin habe. Aber ich habe sehr, sehr viel Würfel. Dann ein Lineal. Zwei Lineale. Äh, komm her. Zwei Lineale. Zum Bewegen. Einmal ein Spielfeld. Und natürlich ein Transpairsheet. Sind denn da? Wir müssen es mal vielleicht richtig rumhalten. Das sind Ultramarines. Das sind Blood Angels, Space Wolf, Dark Angels. Äh. Hm. Sehr geil. Meine Black Templar sind natürlich gar nicht dabei. Ich will die nämlich als Black Templar bauen. Hm. Ich hatte tatsächlich überlegt gehabt, Dark Angels erst zu machen. Aber Black Templar gefällt mir von der Lore und so besser. Das Ding. Diese Kiste hier. Was ist denn hier abgebrochen? Ungeblasteteil. Ist nicht unnötig. Die Kiste hier kann man eigentlich noch als, für das Gebiet, auf das Spielfeld legen. Und kann von spielen. Leider ist die hier ein bisschen beschädigt. Aber ich werde mir mal irgendwann, wenn ich genug Erfahrung habe, mir mal so ein eigenes Spielfeld zusammenbauen. Ähm. Gibt ja genug bei Etsy, was man da bestellen kann. Oder bei Ebay. Und bei den Hyperiums-Boxen ist ja auch ein bisschen was dabei. Und dann auf dem zweiten Tisch hier kann ich mir das mal zusammenbauen. Und dann brauchen wir diese Box hier auch nicht mehr. Ja, cool. Ähm. Ähm. Wo machen wir das denn jetzt? Das da wieder rein. Ich glaube, die Datasheets sind sinnfällig. State-Dead-Widerdich nicht brauchen. Diese Ultramarien-Sachen werde ich vielleicht für die Imperiums-Boxen brauchen. Oder für die Imperiums-Sachen. Ähm. Aber ansonsten, ich werde wahrscheinlich das Video hier nicht alleine veröffentlichen. Es sind jetzt nur fünf Minuten. Ähm. Gucken wir mal, ob ich das in den nächsten Tagen aufnehme, wie ich das baue oder im Stream und das dann dran hänge. Selber im Stream machen. Und dann werde ich das zusammen veröffentlichen mit Bauen und Unboxing, damit wir das in einen hat. Malen wird ein bisschen schwierig, weil ich noch ein paar andere Sachen hier vor mir habe, aber das kommt dann in ein extra Stream. Aber ich bin froh, dass ich endlich das Elite-Buch mal auspacken konnte, weil dann kann ich mir das nicht mal anschauen. Und ich freue mich auf die Morphets. Die sehen nämlich sehr interessant aus. Ich habe mir das Buch schon ein paar Videos angeguckt. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und ganz viel Zeug wieder. Ganz viel Blaste-Zeug. Aber die müssen ich hier miträumen noch. Ich bin nicht dabei, die ganze Scheiße mal gleich aufzuräumen. Und dann habe ich nämlich hier irgendwo eine schöne Kiste da unten. Und dann kommen dann da unten die Würfel und die Lineale rein. Boom. So. Wechseln sie. Weil ich werde mir nämlich irgendwann richtige Black Templar-Würfel holen. Das kommt auch noch rein. Ja. Wie gesagt, im Anschluss gleich werde ich den Stream da mal hängen, wo ich den ganzen Scheiß baue. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein sehr, 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 sehr langes Video. Aber wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Ich weiß immer nicht, welche Kamera ich gucken soll. Hier sind drei Kameras. Gut, eine ist nicht angeschlossen. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Das ist alles auch gerade ein bisschen neu für mich. Also habt ein bisschen Verständnis. Danke schön. Bis später. Bis später.